Ist es an der Zeit, das alte Zeug zu entfernen? Ich bin jetzt erwachsen, ich spiele nicht mehr mit Spielzeug. Das Experiment war ein Flop. Der Trank hat nicht funktioniert. Was für ein Wunder. Lass uns die Kleinen in die Werkstatt bringen. Misch die Farbtöne. Pinsel drüber. Was ist mit dem Outfit? Voila, super. Und hier ist dein Amulett. Heißen wir Baby Hoppy Hopscotch willkommen. Was ist da oben? Bruder, komm raus. Wuhu, los geht's. Willst du mitfahren? Fang mich, wenn du kannst. Nicht zu schnell. Bist du schon müde? Ja, so bezaubernde Kinder. Schau, eine Rakete. Wow, da will ich auch hin. Hallo, meine Kleine. Kommentiere unten, wer deiner Meinung nach Hoppy entführt hat. Sissi. Nicht weinen, Schätzchen. Komm mit uns. Nimm einen Behälter. Bedecke ihn mit Polstern. Bereite die Farben vor. Wie Leuchthut. Schneide sie mit einer Schere aus. Die Kinder werden es lieben. Lasst uns einen Blick in den Kindergarten werfen. Hi. Aha. Wer ist das? Ein neues Gesicht. Wir sehen uns am Abend. Bye. Bye. Lass uns Freunde sein. Sollen wir spielen? Du kannst mich nicht fangen. Du kannst mich nicht fangen. Oh, warte mal. So ein Lebendiger. Woll. Stopp. Du stellst noch alles auf den Kopf. Ah. Ich habe eine Idee. Kinder, wollt ihr springen? Wow. Lass mal sehen. Wir wollen auch springen. Ja. Fantastisch. Wer kann höher springen? Lass uns ein paar Minuten Pause machen. Zeit, erwachsen zu werden. Lali Lomagie. Befestige ein paar Strähnen. Zeichne ein paar Sommersprossen auf. Toll gemacht. Nimm das Gummiband. Nähe einen Rock. Ziehe Turnschuhe an. Füge ein Blitzsymbol hinzu. Danke, Lalilu. Hier ist es. Ab in die Schule. Hallo. Ich bin Hoppy. Und ich bin Bobby. Können wir Freunde sein? Yes. Hey, ihr Hübschen. Süßer. Er gehört mir. Er gehört mir. Ich hole mir eine Cola. Ich werde ihm einen Valentinsgruß zustecken. Lass uns das nehmen. Gut, dass er es nicht gesehen hat. Hoppy? Hi. Das ist für dich. Yummy. Was? Aber ich habe ihn zuerst bemerkt. Er gehört mir. Nein, mir. Lass ihn los. Niemals. Genug. Wer bist du ja? Liebling, ich habe dich gesucht. Sollen wir gehen? Lass uns gehen. Er hat eine Freundin. Ach, das ist aber schade. Nicht weinen. Lass uns nicht mehr streiten. Einverstanden? Wir sind von nun an für immer Freundinnen. Schütte die Kugeln aus. Schneide ihn vorsichtig in zwei Hälften. Nimm ein paar Strohhalme. Mache einen Rahmen. Perfekt. Nimm ein paar Tischtennisbälle. In gelb sieht er noch besser aus. Wünschen wir den Kindern eine gute Zeit. Gefunden. Und deshalb? Wem gehört der Ball? Es ist meiner. Hoppy, hopscotch, komm herauf. Verzeih mir. Ich wollte das nicht. Coach. Wir brauchen Spieler wie dich. Trifft das Team. Hallo. Wann trainieren wir? Jetzt sofort. Fertig? Hast du den Plan? Fertig. Anstoß. Ups. Der nächste. Darf ich mal? Leg los, Hoppy. Gut gemacht. Wahnsinn. Hoppy, du bist die Beste. Schneide das Netz aus. Klebe etwas Schampapier auf. Baue einen Motor ein. Bereite Löffel vor. Bringe einen Edelstein an. Dieses Boot könnte jemandem das Leben retten. Ich bin dein Camp-Ratgeber. Hört mir zu. Verstanden? Folgt mir. Sollen wir rennen? Yes. Was ist das für ein Geräusch? Bleib nicht zurück. Wer ist da? Hilfe. Ich versinke. Help. Help. Oh. Warte. Ich komme ja schon. Gib mir deine Hand. Fast geschafft. Catnap ist gerettet. Brrrr. Ist das kalt. Hier, nimm das. Danke, Hoppy. Du bist bezaubernd. Zeit, erwachsen zu werden. Bereite den Stoff vor. Nähe ein paar Leggings. Probiere sie an. Was ist mit dem Gürtel? Finde einen, der passt. Der passt perfekt. Wähle einen Kreisel aus. Zeichne einen Blitz. Lasst uns die Schuhe wechseln. Trage Make-up auf. Betone die Zähne. Gefällt dir das? Hm, was ist mit der Frisur? Keine Panik. Hoppy Hopscotch ist jetzt erwachsen. Sollen wir sie besuchen? Ein Brief. Wahrscheinlich von der Universität. Ich wurde in Harvard angenommen. Wow. Süße, herzlichen Glückwunsch. Du musst jetzt gehen. Der Flug ist schon bald. Ich werde dich vermissen. Und ich werde dich auch vermissen, mein Schatz. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich warte auf dich. Oh, ich wünsche dir einen guten Flug. Tschüss. Oh, Catnap. Oh, Hoppy. Es ist so traurig ohne ihn. Nicht weinen, die Zeit wird wie im Flug vergehen. Lass uns die richtige Tasche finden. Schnapp dir einen Pinsel. Trage einen Druck auf. Ein Kissen aus Modelliermasse. Klebe einen Edelstein drauf. Was wird Catnap sagen? Hoppy hat den ersten Platz belegt. Danke. Lasst uns die Fußballtrophäe überreichen. Rückgermacht. Können wir ein Titelfoto machen? Ich bin so glücklich. Ich vermisse nur Catnap. Ich werde ihn überraschen. Wir sehen uns bald. Mein Schatz, ich komme zu dir. Endlich. Rate mal wer. Hoppy? Wie kommst du denn hierher? Mit dem Auto. Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Hoppy? Na klar. Ich bin so glücklich. Ich auch. Klopf, klopf. Dürf ich reinkommen? Wir brauchen eine Schachtel. Roll den Teig aus. Füge das Gemüse hinzu. Nimm etwas Modelliermasse. Forme die Möhren. Hoppy wird es lieben. Hier bitte, Hoppy. Möchte jemand Pizza? Und hier ist Catnaps Nachbar. Ich werde heiraten. Wirklich? Herzlichen Glückwunsch. Sieh dir diesen Ring an. Hallo. Wir sehen uns so ähnlich. Hm, du hast ein bekanntes Gesicht. Woher kommst du? Wir haben dieselben Ohren. Und der Blitz. Könntest du mein Bruder sein? Schwester? Was? Bedient euch. Mit Karotten. Mein Favorit. Was für ein Wiedersehen. Bring den Werkzeugtisch mit. Nähe den Stoff. Füge Tüll hinzu. Nimm etwas Glitzerpapier. Mach den Gürtel. Jetzt nehmen wir Modelliermasse. Bastle eine Karotte. Stelle einen Blumenstraß zusammen. Wickele ihn in Papier ein. Ein Blumenstraß für eine besondere Braut. Für mich? Wow. Wunderbar. Halte ihn. Danke. Das sieht unglaublich aus. Juhu. Du siehst wunderschön aus. Juhu. Wollt ihr für immer zusammen sein? Ja. Yes. Jetzt sind wir verheiratet. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch. Ich werfe den Strauß. Sind alle bereit? Yeah. Ich habe ihn gefangen. Schau, Happy. Oh. Cool. Wann findet die nächste Hochzeit statt? Zeichne die Augen. Füge die Iris hinzu. Wähle ein Lächeln aus. Trage Rouge auf. Oh. Okay. Schneide die Haare. Style sie mit einem Glätteisen. Und die Kleidung? Wähle den Stoff aus. Füge einen Druck hinzu. Probiere das Outfit an. Ein blauer Bodysuit. Dekoriere ihn mit einem Muster. Willkommen, Mr. Light. Was für ein hübscher Kerl. Sieht aus, als ob sich jemand verliebt hat. Ein schöner Bonus. Wow. Thank you. Viel Spaß. Thank you. Guten Appetit. Wann wird er anrufen? Und was ist das? Eine Telefonnummer. Was ist das? Äh, nur eine Anzeige. Nichts Besonderes. Was? Wie konnte er nur? Ach, diese Turteltäubchen. Er wird sowieso mir gehören. Nimm eine Probe. Wähle eine LOS-Sys-Puppe aus. Bedecke den Kopf. Gestalte die Mähne und den Schwalb. Färbe sie weiß. Zeichne die Details. Lackiere die Figur mit Nagellack. Befestige das Horn. Dekoriere es mit Ringen. Baby Crafty Corn hat eine wichtige Aufgabe. Die Zeremonie beginnt. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich. Ich auch. Seid ihr bereit, Mann und Frau zu werden? Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Eure Ringe. Wenn jemand Einwände gegen diese Ehe hat. Ich erhebe einen Spruch. Sie können nicht heiraten. Wer ist das? Das kann doch nicht sein. Er liebt mich. Hier ist der Beweis. Warum seid ihr zusammen? Doktor, erklär mir das. Skandal auf der Hochzeit. Ich habe es geschafft. Ups, das Foto ist eine Fälschung. Oh oh. Tö. Tö. Wie konnte das passieren? Ich komme wieder. Was hat Mr. Light vor? Ich bastle eine Verkleidung. Mach ein Foto. Schneide den kleinen Baum aus. Sammle etwas Grünzeug. Wähle ein paar Dekorationen. Bären sind gut. Füge einen Baumstamm hinzu. Das Modell ist vom echten Baum nicht zu unterscheiden. Es wird großartig. Du hast Talent. Ich kann mich hier verstecken. Das Paar entspannt sich im Park. Was für ein toller Tag. Wer ist das da hinten? Eine Handtasche. Die wird mir sehr nützlich sein. Sollen wir gehen? Okay. Hallo. Schlaf ein. Jetzt gehörst du mir. Ciao, ciao. Oh, wo ist mein Mann? Oh nein. Er wurde gekidnappt. Nur der Anhänger ist übrig geblieben. Lass uns einen Stoff aussuchen. Wähle etwas Filz aus. Finde etwas Draht. Wir brauchen sie. Platziere die Schablone. Schneide die Teile aus. Füge sie zusammen. Das ist ein Stirnband. Befestige die Ohren. Verdrehe den Schwanz. Es ist schon eine Weile her, dass hier jemand geputzt hat. Ich kümmere mich darum. So viele Spinnenweben. Jetzt lass uns fegen. Dog Day wird es gefallen. Dekoriere es mit Blumen. Unser gemütliches Nest. Wo sind wir? Das ist unser Zuhause. Komm rein. Okay. Möchtest du etwas? Meine Liebe. Lass mich in Ruhe. Ich muss ihn aufmuntern. Ich werde für dich tanzen. Schau, was ich kann. Siehst du? Woran soll ich denken? Oh, 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 oh. Ich bin deine Catty-Nap. Hast du mich vermisst? Du kannst mich nicht täuschen. Aber wo ist die echte Catty-Nap? Nehmen wir den Abacus. Nimm ein Stück. Trage etwas Heißkleber auf. Schneide einen Kasten aus. Falte ihn. Lege Pergamentpapier ein. Packe die Donuts ein. Rate mal, wie viele Donuts in der Schachtel sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig, 6. Leckereien für Naschkatzen. Wovon träumst du, Sheriff? Yummy. Von Donuts. Hilfe. Das ist ein Notfall. Was ist los? Mein Geliebter wurde entführt. Wie? Wann? Heute Morgen im Park. Und wer war's? Warte. Schau, da ist sie. Wow. Schön. Mein Mann muss gerettet werden. Yeah. Okay. Komm schon. Lass uns das klären. Sind sie Mr. Light? Yes. Mein Schatz. Meine Liebe. Ich mache es auf. Huh? Duck Day. Moment mal. Lass mich durch. Du bist sehr schön. Huh? Lass uns schnell wegrennen. Wo ist er? Huh? Ich habe ihn verloren. Vielleicht ist gerade um die Ecke noch ein besserer Kandidat. Nimm die Zahnstocher. Wähle ein paar aus. Wähle etwas Farbe aus. Bemale die Stifte. Nimm eine Perle. Bringe alle Teile an. Ein Streitkolben aus Bleistiften ist eine tolle Waffe. Lass uns eine Überraschung vorbereiten. Einen Tisch, einen Stuhl. Wir zünden eine Kerze an. Wie romantisch. Wirst du das singen? Wie läuft es mit der Verhaftung? Ich bin gezwungen, sie zu verhaften. Liebe ist kein Verbrechen. Los geht's. Wir sind da. Bereit? Das ist für dich. Für mich? Gefällt es dir? Natürlich. Diese Liebe auf den ersten Blick. Du tanzt wundervoll. Du auch. Willst du mich heiraten? Ja. Herzlichen Glückwunsch an das Paar. Bereits zum Spielen. Aha. Zeichne es vor. Male die Kugel an. Das sind Sportgeräte. Ein Ball zum Volleyball spielen. Ja. Ich will. Gesiegelt euren Bund mit einem Kuss. Zeit, den Strauß zu werfen. Wer wird der Glückliche sein? Eine Strandparty. Fang. Ich hab's. Schon wieder. Hast du uns vergessen? Ich fange ihn. Ich fange ihn. Und wo ist der Ball hin? Willst du dich abkühlen? Ja. Bitte. Gib den Ball zurück. Lass mich spielen. Der Urlaub war ein Erfolg. Lasst uns ein paar LOL Sisbabys nehmen. Färbe ihre Haare neu. Bestreue sie mit Glitter. Jetzt das zweite Baby. Dekoriere es mit Glitzer. Ändere die Augenfarbe. Färbe die Windeln. Klebe Knöpfe an. Das sind süße Kinder. Eure Eltern warten schon. Hallo. Wir sind hier, um unsere Freunde zu besuchen. Einen Moment. Ich rufe sie an. Oh. Da sind sie ja. Hallo du. Oh. Hallo Kleines. Hi there. Wow. Wir haben Zwillinge bekommen. Bald werden wir auch Eltern sein. Oh. Ich glaube, es geht los. Was? Wie? Atme, Liebes. Wir brauchen Hilfe. Was ist los? Helft ihr schnell. Duck Day und Catty in App haben wunderbare Babys bekommen. Nehmen wir ein paar Stecknadeln. Leere eine kleine Schachtel aus. Am besten eine rosane. Knete Fimo. Forme die Steuerknüppel. Direkt in den Ofen damit. Nimm es heraus. Wähle ein kleines Stück aus und baue es ein. Das ist ein Geschenk für Vierter. Hast du Spaß? Yeah. Links, links. Jetzt nach rechts. Leute, könnt ihr auf die Kinder aufpassen? Wo wollt ihr hin? Hey. Wir gehen einkaufen. Bye. Oh. Heute geht's. Wir haben fast aufgeholt. Ich beschleunige. Die Babys verlangen Aufmerksamkeit. Oh oh. Die Kleinen rennen weg. Was für ein Durcheinander. Fast an der Ziellinie. Nur noch ein bisschen mehr. Nieder mit der Xbox. Oh nein. Unsere Xbox. Ich habe eine Idee. Was ist das? Genau so. Gib mir fünf. Jetzt wird uns nichts mehr stören. Hoffentlich kommen sie zurecht. Viel Glück beim Einkaufen. Dieser Kuchen ist fantastisch. Mädels, ihr habt Besuch. Ich fange es auf. Was ist das? Zeig mal her. Ein Ultraschallbild. Wir werden Mamas. Herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen etwas Silikon und ein Fixiermittel. Fertig. Bereite die Form vor. Gieße die Mischung hinein. Wie süß. Wir brauchen eine Kugel. Male sie an. Mama, probiere ihn an. Zeichne eine Sonne. Zeit zum Arzt zu gehen. Catnip. Dein Bauch wird groß. Sie können gehen. Ein Apfel. Eine Sonne. Catnip, wo ist dein Sternzeichen? Ich will auch eins. Wähle es aus. Hier, bitte sehr. Wunderschön. Lass mal sehen. Aha. Oh, ein kleiner Catnip. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe eine Idee. Lali Lu, wir brauchen Hilfe. Okay. Wir sind bereit. Lass uns einen Ballon nehmen. Geschafft. Lass es uns anprobieren. Nice. Es fehlt etwas. Hm? Nimm Mamas. Stecke sie an den Fuß. Wir brauchen ein Handtuch. Juhu, Zeit für den Pool. Du musst noch ein bisschen warten. Was soll ich in der Zwischenzeit tun? Ich rufe meine Freunde an. Catnip ruft an. Aua, mein Rücken. Was ist passiert? Ja, wir sind bald da. Okay. Lass uns gehen. Dort wirst du dich besser fühlen. Hi. Puh, wir haben es geschafft. Hier ist die Ausrüstung. Okay. Lass uns gehen. Kommentiere unten, wie viele Enten du hier siehst. One, two, three, four. Super. Yay. Hast du sonst noch etwas? Du kannst mit dem Ball spielen. Wow, fun. Die Mamas haben eine tolle Zeit. Was für ein wunderbarer Tag. Wie geht es deinem Rücken? Die Wasseraktivitäten haben Wunder gewirkt. Nehmen wir eine Büroklammer. Fülle die Löcher. Füge einen Griff hinzu. Mache mehrere Einkerbungen. Die wichtigsten Medikamente sind immer griffbereit. Wir sind am Verhungern. Hot Dogs? Die Kleine ist hungrig. Burger? Süßigkeiten? Wir wollen alles. Was für ein Duft. Ein Hot Dog und jetzt Eiscreme. Mehr Ketchup bitte. Oh, wir haben zu viel gegessen. Doktor. Hilfe. Hallo. Brauchst du meine Hilfe? Ich weiß, was du brauchst. Vitamine. Nimm sie. Danke. Misty Light geht es nicht besser. Im Krankenhaus wird es dir besser gehen. Und das nehmen wir dann mit in die Werkstatt. Lasst uns das Tablett ausleeren. Lege eine kleine Matratze hinein. Nimm etwas Draht. Streiche es neu an. Befestige den Griff. Dekoriere ihn mit einem Rahmen. Der Kinderwagen ist fertig. Zeit zurück zu den Mamas zu gehen. Doktor, alles ist bereit. Wir können anfangen. Kommen Sie rein. Alles wird wieder gut. Hier ist das erste Baby. Ich brauche Hilfe. Catnip, du bist dran. Das zweite Baby. Mein Bauch. Kommen Sie rein. Machen Sie sich keine Sorgen. Puh, was für ein Tag. Kommentiere, wie viele Babys in dem Wagen sind. Eins. Zwei. Drei. Genau drei. Finde alte Kopfhörer. Schneide ein Stück ab. Mache einen weichen Griff. Zeichne Pfoten auf. Aber für wen ist diese Baby-Tragetasche? Die glücklichen Mamas ruhen sich aus. Catnip? Das bin ich. Wir entlassen Sie. Hier ist ein Geschenk des Krankenhauses. Lassen Sie mich Ihnen helfen. So ein braves Baby. Setzen Sie sich hin. Bis dann, Mädels. Viel Glück, meine Freundin. Hier entlang. Ciao, ciao. Bye. Meine Kleine. Sei vorsichtig auf der Straße. Lass uns schnell nach Hause fahren. Bereite den Stoff vor. Trage die Schablone auf. Markiere sie mit Strichen. Nimm eine Dichtung. Verschließe alles mit einem Kleckverschluss. Nähe eine Tasche an. Ja, das wird sich als nützlich erweisen. Puh, ist das heiß. Ich könnte etwas zu trinken gebrauchen. Kann ich bitte eine Limonade haben? Was ist denn los? Psst, psst. Zeit, die Windel zu wechseln. Lalilu kommt zur Rettung. Nimm eine Windel heraus. Breite sie aus. Baby, komm her. Ich brauche Tücher. Habe ich sie vergessen? Oh nein. Oh mein Gott. Ich habe welche. Danke. Lass uns das Baby abwischen. Jetzt das Puder. Lalilu, kannst du mir beim Wickeln helfen? Okay. Hier ist es. Eine Mutter zu sein ist nicht einfach. Wählen wir ein paar Strohhalme aus. Stecke einen in einen anderen. Bastle einen Sauger. Schneide die Vertiefungen aus. Gieße ein paar Perlen hinein. Befestige sie auf einem Spieß. Das ist eine Rassel. Schneide eine Windel aus. Und einen Filzgürtel. Probiere ihn an. Babyflasche und Rassel inklusive. Für wen könnte dieser Gürtel sein? Lalilu, kannst du beim Baden helfen? Ja klar. Sollen wir in die Badewanne gehen? Der Schwamm wird helfen. Genau so. Du musst dich abtrocknen. Und jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen. Oh oh, er weint immer noch. Blick auf Gefällt mir, um das Baby zu beruhigen. Mit dem Gürtel schaffe ich das schnell. Ein Fläschchen? Lecker, lecker. Eine Rassel? Das Baby scheint sie zu mögen. Puh, Ruhe. Dog Day hat es geschafft. Schnapp dir etwas Filz. Schneide eine Mondsichel aus. Schneide die Strahlen aus. Leihe dir eine Schnur. Führe einen Draht ein. Das ist ein apfelförmiges Kissen. Verstecke es im Schrank. Sie schlafen. Die Babys sind aufgewacht. Nicht weinen. Mommy ist da. Oh nein. Ich habe eine Idee. Ich habe etwas. Eine Spielmatte. Ein weiches Kissen. Lass uns eine Mondsichel aufhängen. Die Mädchen stehen unter dem Schutz von Amuletten. Es ist auch für uns Zeit, uns auszuruhen. Ich habe einen Beinroller. Wow. Ups. Direkt in die Werkstatt. Wir suchen uns eine Basis aus. Schneide sie in zwei Hälften. Baue die Basis auf. Klebe sie an die Seiten. Lali Kadabra. Umrande es mit einem Band. Es wird weich für die Babys sein. Kidnip, ich habe eine Überraschung für dich. Leg dich hin, Kleines. Wie wäre es mit einem Film? Ich rufe den Babysitter an. Alles klar. Professioneller Babysitter im Dienst. Schau, was ich habe. Das ist für dich und wir kommen bald wieder. Viel Spaß. Es macht Spaß. Lasst uns Aufholjagd spielen. Craftycon. Direkt in unsere Werkstatt. Craftycon, du wirst zu einem Menschen. Färbe die Haare neu. Betone die Augen. Bereite den Stoff vor. Nähe ihn mit Garn. Dekoriere ihn mit Rüschen. Vervollständige es mit einer Blume. Überarbeite sie mit einem Pinsel. Etwas zu verpassen. Richtig, ein Horn. Jetzt bist du bereit für das Leben auf der Erde. Danke. Du kannst mich nicht fangen. Du kannst mich nicht fangen. Was fliegt denn da? Dr. Herbst auf dem Kopfkissen. So ein Pech. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn aufschütteln. Richtig. Danke. Du hast eine Wunde. Lass uns ein Pflaster drauf machen. Sollen wir spielen? Willst du auf die Schaukel gehen? Warte auf mich. Freunde für immer. Wie süß. Lass uns die Bommel mitnehmen. Schreib in die Kommentare, wie viele Bälle es gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig. 6. Befestige die Blütenblätter. Es ist eine weiche Mitte. Trage etwas Gehllack auf. Und trockne sie in der Lampe. Stecke den Draht ein. Die magische Blume wird deinen Freunden helfen, alle ihre Wünsche zu erfüllen. Gieße sie. Es ist ein toller Tag. Was kann ich sonst noch tun? Verstecken spielen? Ich habe Hunger. Moment mal. Genau das, was ich brauche. Ich habe sie herausgerissen. Schau, was machst du da? Ich esse keine Blumen. Wie war's damit? Wir wollen ein Törtchen. Wir haben es. Danke. Ein Blüten hat einen Wunsch. Eins ist noch übrig. Zusammen. Wir wollen groß werden. Jetzt sind wir Teenager. Ich brauche ein neues Outfit. Erstelle ein Muster. Nähe es mit Garn zusammen. Probiere die Kleidung an. Nimm ein Band. Mach kleine Stücke. Ziehe den Rock an. Das ist eine blaue Schürze. Und passende Schuhe. Schneide die Haare ab. Setze den Hut auf. Beschichte ihn mit Acryl. Oh, was für ein Wunder. Danke für das Fell. Es ist Zeit für Magie. Das ist blaues Fell. Wir werden es flechten. Craftycon. Alle Teenager gehen in die Schule. Dann muss ich gehen. Der Kunstunterricht steht an. Sieh sie dir an. Spinnerin. Wollen wir ihr einen Streich spielen? Dachtest du, ich würde es nicht merken? Ich bringe meine Farben mit. Oh nein. Es ist alles durcheinander. Lass mich das abwischen. Du hast uns schmutzig gemacht. Meine Farben. Ich helfe dir. Komm, wir gehen in die Klasse. Lass uns einen Eimer mitnehmen. Du brauchst eine Palette und einen Pinsel für den Kurs. Male den Zahnstocher neu an. Füge Fusseln hinzu. Entferne den Überschuss. Setze das Set zusammen. So geht's. Bereite den Karton vor. Schneide den Rohling aus. Trage die Textur auf. Nimm einen Tropfen Farbe. Crafty-Korn bereit für den Unterricht. Danke. Ich werde das Gras malen. Wow, das ist Magie. Und ein blauer Himmel. Du hast Talent. Und jetzt Dog Day und ich. Da bist du ja. Das ist ein guter Witz. Was kann ich noch zeichnen? Unsere Freunde. Das sind Catnap und Miss Delight. Das sind wir? Crafty-Korn, du bist gut. Das ist noch nicht alles. Die Mützen und die Galanten erschienen. Du bist zu meiner Geburtstagsparty eingeladen. Zeit für ein bisschen Spaß. Lieferung. Schütte das Material aus. Das ist kinetischer Sand. Befülle den Behälter. Glätte die Unebenheiten. Entferne die Form. Mache die gelbe Stufe. Baue die Pyramide zusammen. Dekoriere sie mit Perlen. Setze die Kerzen ein. Guten Appetit. Lass sie uns überraschen. Es gibt eine Party. Wow, ist das für mich? Ich glaube dir. Du hast nicht damit gerechnet. Geh weg, Kissy Missy. Schau, da ist ein Regenbogen. Oh nein, meine Kerzen. Nicht weinen. Die Party ist ruiniert. Oh, das ist sie nicht. Ich werde mir etwas wünschen. Ich wünschte, ich wäre älter. Lali-Loo wird einen Wunsch wahr machen. Schneide die Haare ab. Mische die Farben. Male mit einem Pinsel darauf. Betone die Lippen. Die Modelliermasse wird zu Wolle. Mach die Haare. Schneide entlang der gepunkteten Linie. Nähe es mit einem Faden fest. Lege die Schnittmuster bereit. Die Jeans sind genäht. Such dir eine Blume aus. Crafty Corn ist ganz erwachsen. Danke, Lali-Loo. Ein schöner Ort. Ich werde das hier malen. Okay, dann fangen wir mal an. Der Waschbären-Dieb kam, um Süßigkeiten zu holen. Hey, warte. Mein Kuchen. Das gehört mir. Was ist da drin los? Das sind größere Augen. So. Hallo. Ich kann ihn zeichnen. Komm schon. Nana. Sieht es so aus? Er... Er isst es auf jeden Fall. Keine Bewegung. Noch eine Berührung. Das ist genau das Richtige für ihn. Lass mich raus. Deine Tasche? Meine. Ist alles da? Danke, mein Schatz. Ich helfe gerne. Nimm die alten Kopfhörer. Nimm die Ohrteile ab. Male sie blau an. Bringe die Querstange an. Klebe den Bildschirm auf. Brich den Deckel ab. Befestige ihn oben. Füge die Knöpfe hinzu. Crafty Corn, es ist Zeit, das Geld zu zahlen. Lass uns in die Kunstausstellung gehen. Das sind alles meine Werke. Gut gemacht. Es ist wunderschön. Was soll ich mir aussuchen? Ich kaufe das hier. Toll, lass uns gehen. Zählen Sie bitte nach. Los geht's. Wow. Ist das alles für uns? Das Bild ist ausverkauft. Und wir? Wir wollen auch etwas kaufen. Es sind schon alle Bilder ausverkauft. Unglaublich. Wir haben Tonnen von Geld. Wir sind reich. Das müssen wir feiern. Der beste Ort für ein Date. Zuckerwatte. Zuckerwatte. Kann ich eine haben? Ich werde dich überraschen. Danke, das ist für dich. Das ist ein Tipp. Schatz, das ist für dich. Ist das ein Ring? Willst du mich heiraten? Das werde ich. Es ist Zeit, sich auf die Hochzeit vorzubereiten. Lali, ich brauche ein Kleid. Wähle den Stoff aus. Schauen wir mal. Den hier. Super. Befestige das Muster. Und schneide es aus. Nähe es mit Garn zusammen. Nice. Es passt super. Steche es mit einer Nadel ein. Ziehe den Rock zusammen. Ein exquisiter Schleier. Du bist eine umwerfende Braut. Das ist die Braut. Liebling, du bist unglaublich. So rührend. Herzlichen Glückwunsch. Musik. Der Lärm hat den Waschbären geweckt. Woher kommt das Geräusch? Was ist das? Bitte antworte. Ja, jetzt die Braut. Ja. So, so, so. Schauen wir uns mal um. Los, los, los. Geh weg. Was ist los? Ein wilder Waschbär. Du bist der Wilde. Oh nein. Das Kleid ist befleckt. Puh. Keine Panik. Lasst uns eine Blume malen. Kannst du das machen? Natürlich. Wir können mit der Hochzeit weitermachen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Herzlichen Glückwunsch. Fang. Auf weitere Abenteuer. Wähle eine Perle aus. Nimm die Verschlüsse. Fädle sie auf den Draht. Biege die Kante. Die Taschenlampe wird den Weg des Paares beleuchten. Stecke sie in den Koffer. Ab in den Kofferraum. Schatz, wir sind da. Oh, ein Igel. Es ist so romantisch hier. Wer ist das? Oh, ein Eichhörnchen. Dog Day. Ich bin genau hier. Musst du noch Feuerholz sammeln? Es wird dunkel. Lass uns eine Taschenlampe holen, ja? Lass uns gehen. Wie interessant. Sieh mal, ein Busch. Pass auf. Sollen wir reinschauen? Komm schon. Hallo. Hallo. Hallo.